Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala seyyidina, rasulillahi wa ba'at. Heute, inshallah, lennen wir weiter, oder machen wir weiter mit Artikulationen, Punkte, und das heißt auf Arabisch, Al-Macharij. Lass mal haben wir Al-Macharij, mit Al-Macharij begonnen, und wir haben die allgemeine Macharij, wir haben fünf, Al-Jauf, Al-Halq, Al-Lisane, Al-Shafatan und Al-Khaishum, und wir haben Al-Jauf gelernt, und Al-Jauf, bei Al-Jauf gibt es drei Buchstaben, und diese Buchstaben sind die Verlängungsbuchstaben, alle Verlängungsbuchstaben kommen aus Al-Jauf, ja. Jetzt, inshallah, machen wir weiter und beginnen mit Al-Halq, und Al-Halq bedeutet die Kehle auf Deutsch, ja, Al-Halq, und das heißt die Kehle. Und von Al-Halq kommt die Erscheinenbuchstaben, wie Abu Uthman gesagt hat. Al-Halq. Al-Halq hat drei Orte, und diese drei Orte bestehen sechs Buchstaben. Jeder Ort hat zwei Buchstaben zusammen, ja. Also wie zum Beispiel, vielleicht ist das Al-Halq hier, das ist Al-Halq, und Al-Halq hat drei Orte. Hier ganz unten ist Hams, also Hams, und H, hier ist Ayn, und H, und ganz oben ist Ayn, und H, ja. Das heißt hier Aks, Al-Halq, und hier Wasat, Al-Halq, und hier Adena, Al-Halq. Das lernen wir hier jetzt. Er hat hier gesagt Al-Halq. Al-Halq, das heißt die Kehle. Dort gibt es drei Macharic mit jeweils zwei Buchstaben. Jeder Macharic hat zwei Buchstaben. Hams und H zusammen, in einem Macharic, Artikulationenbuch, Hams und H, Ayn und H zusammen, und Hain und H zusammen, ja. Nummer eins, der Macharic heißt Aksa Al-Halq. Und Aksa Al-Halq bedeutet hier, Aksa Al-Halq bedeutet, dies ist der weit entfernteste Teil der Kehle, vom Mond ausgezeichnet. Also, das ist mein Mund. Was ist, oder es gibt viele Distanz zwischen diesem Mund und diesem Macharic. Das heißt Aksa Al-Halq, also der und resteteil der Kehle, hier. Ja, ist das klar? Ja. Ja, und dort entstehen zwei Buchstaben, Hamsa und H. Der Buchstabe Hamsa entsteht weiter unten als das H. Und ist somit der tiefste Buchstabe im Arabisch oder im Alphabet. Hamsa. Ist der tiefste Buchstabe im Arabisch. Man kann sagen Äh, Äh, dann Äh, 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 Äh. Schau mal hier. Ganz unten ist Hamsa. Und ein bisschen oben ist Häh, Äh, Äh. Ja? Man kann sagen Äh, Äh. Dann Äh, Äh. Ja? Äh, 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 Äh. Ist das richtig, oder? Hamsa ist ganz unten und oben ist ein Häh. Ist das richtig? Ja. Also man kann wissen, so, schau mal, ein Hamsa zuhörst und danach ein Sukuhn. Dann kann man wissen, ob das richtig oder falsch ist. Äh, 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 Äh. Äh, 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 man ikhtabar, man ikhtabar. Ah, makhariju al hurufi sab'ata asar, al al ladi ikhtarahu man ikhtabar. Man ikhtabar bedeutet, wenn man etwas so versucht und so, dann kann man wissen, ob das richtig oder falsch ist. Das Häh im Arabisch in Hel, äh, oder in Al, den Buchstaben H auf Deutsch. Auf Deutsch, es gibt H und Häh auf Arabisch ist ein bisschen wie H in Deutsch. Er hat hier so gesagt. Und jetzt der zweite Makharaj und das heißt Wasatul Halk. Wasatul Halk bedeutet, dies ist der mittelige Teil der Kehle. Und hier entstehen zwei Buchstaben. Und diese Buchstaben sind Ein und H. Äh, 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 Äh. Und das ist wie Hamza und H auch. Äh, zuerst ein H, Äh. Und ein bisschen oben ist ein Ein. Äh, 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 Äh. Ja? Sie sind jetzt zusammen in einem Ort, aber H ein bisschen unten als Ein und so. Der Buchstabe Ein entsteht ein bisschen weiter unten als H. Er hat hier so gesagt. Nummer drei, der dritte Makharaj heißt Adna Al-Halq. Und das ist der oberste Teil der Kehle. Und in diesem Ort entstehen zwei Buchstaben. Rein und H. Man sagt Ahr, 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 Ahr. Und vielleicht hier ist Rein ein bisschen unten und oben H. Aber hier hat er etwas anders gesagt. Er hat gesagt, beide Buchstaben stehen auf der gleichen Höhe. Aber wenn man etwas versucht, dann findet man etwas anders. Sag bitte Ahr, 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 Ahr. Rein ein bisschen unten als H. Hier hat er gesagt, das Rein innerhalb dem Buchstaben oder dem Deutschen Ra. Wie zum Beispiel bei Rudolf. Rudolf, Ru, Ru. Ra, Rein, Rudolf. Ja, das H innerhalb dem Deutschen Tcha. Tcha. Oder H, hier H. Wie zum Beispiel bei Fach. Fach. Ja, H, Fach. Er hat hier gesagt, Informationen, die Buchstaben Rein und Kha sind dunkel. Also, alle Buchstaben, die aus der Kehle kommen, sind hell außer Rein und Kha. Rein und Kha sind dunkel und die restlichen Buchstaben sind hell. Schau hier. Macharaj Al-Halq und hier ganz unten Hamza und H. In der Mitte ist Rein und Kha und ganz oben Rein und Kha. Sehr schön. Also, das ist Macharaj Al-Halq. Ist alles klar bei Macharaj Al-Halq oder nicht? Ja, bei Hamza. Ja, klar. Und wie wir wissen, Macharaj Al-Halq, diese Buchstaben sind von Erscheinen lassen bei Nusakina und Tanui. Jetzt lernen wir Al-Lisan, die Zunge, Al-Lisan. Und Al-Lisan hat zehn Macharaj, zehn Artikulationenpunkte mit acht und zehn Buchstaben. Diese alle Buchstaben zusammen. Das sieht vielleicht ein bisschen schwer aus, aber das ist nicht schwer. Inshallah, wir können das teilen. Dann können wir alles auswendig lernen, Inshallah. Er ist der Macharaj heißt, hinterherste Teil der Zunge. Das ist ganz unten der Zunge. Ja, das heißt Akza Al-Lisan. Und dort entstehen zwei Buchstaben auf. Kaf und Kef. Man kann sagen Akka, 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 Akka. Er hat ja gesagt, Kaf, die Zunge hinten drückt sich oben an den Gaumen. Akka, 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 und Kaaf ist dunkel. Das ist Al-Kaaf. Und jetzt, jetzt weitermachen. Und hier ist ein Käf, entsteht ein bisschen weiter vorne, vorne ein bisschen oben. Ak, dann Ak, 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 also Kaaf, ganz unten. Und ein bisschen oben ist ein Käf. Ak, 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 Ak. Sehr schön. Entstehen ein bisschen weiter vorne, vor dem Käf. Der Buchstabe Käf ist hell. Also Käf ist dunkel und Käf ist hell. Das Käf entspricht dem deutschen Buchstaben K. K wie Käf auf Arabisch, K auf Deutsch. Sie sind ähnlich. Jetzt dritte Machrad. Und das heißt mittlerer Teil der Zunge. Das heißt Wasat Alisan. Wasat Alisan. In der Mitte der Zunge. Wasat Ullisan. Bei Wasat Ullisan gibt es drei Buchstaben. Ja, Shin, Jim. Wenn man dann, wenn man diese Buchstaben auswendig lernen möchte, dann kann man sagen, Jaish. Jaish ist ein Army auf Englisch. Ich weiß nicht, was das heißt auf Deutsch, aber auf Englisch ist Army. Jaish. Also Jaish. Armee. Armee. Auf Deutsch, ja. Ja. Und auf Arabisch heißt Jaish. Und Jaish besteht drei Buchstaben und diese Buchstaben zusammen. Also leben in der Mitte der Zunge. Al-Jim, wa-Shin, wa-Liha. Dort entstehen drei Buchstaben. Jim, Shin und Ja. Alle drei Buchstaben entstehen am selben Ort. Mitte, lehre. Teil der Zunge wird oben an den Gaumen gedruckt. Adj, ay, asch, asch. Also drückt man in der Mitte der Zunge. Bei diesen allen Buchstaben. Adj, adj, adj. Und hier, Jim heißt Infijariya. Infijariya bedeutet so. Also alles geschlossen, dann plötzlich alles anmachen oder so. Wie zum Beispiel Adj, adj, adj. Ja? Und kein Adj. Adj ist falsch. Ja? Adj, adj, adj. Sehr schön. Also Jim, Shin und Ja zusammen in der Mitte der Zunge. Alle drei Buchstaben sind hell. Al-Jim, wa-Shin, wa-Liha sind alle zusammen hell. Das Ja inhält dem Deutschen Ja. Also J auf Englisch und Ja auf Deutsch. Ja. Wie Joghurt. 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 Ja. Und Shin ist wie diese selbe, wie zum Beispiel Schuhn, Schuhn, Schuhn. Und Jim entspricht dem deutschen Wort, Name Jante, Gino oder so. Gino? Janett und Gino. Ah, Janett. Janett? Genau, deswegen Jim. Ah, Janett. Janett. Janett und Gino. Oder Englisch Juliet. Ja, ist egal. Ja. Also, wie auf Arabisch, der Buchstabe Jim. Und jetzt, Nummer vier. Da gibt es noch das Wort Dschungel. Ist es auf Deutsch so? Ja, Dschungel. Dschungel? Dschungel. 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 Wie Jim auf Arabisch auch. Dschungel. Ja, Dschungel, genau. Ja. Dschungel. Sehr schön. Dschungel. Ja, sehr schön. Danke. Nummer vier jetzt. Machraj. Oder vierte Machraj. Seite oder Kante der Zunge. Das heißt, Ha-Fatul-Lisan. Wieso? El-Lisan ist hier. Das ist El-Lisan. Ha-Fatul-Lisan ist hier. Diese. Oder diese. Ja. Seite der Zunge. Hier und hier. Also, nach links oder nach rechts. Und dort entsteht ein Buchstabe DAD. Und DAD ist vielleicht das schwierigste Buchstabe im Arabisch. Und die arabische Sprache heißt Lugatul-DAD. Die Sprache der DAD. Lugatul-Ad-DAD. Vielleicht Harfud-DAD ist nicht in allen Sprachen außer Al-Arabiyah. Arabische Sprache. Harfud-DAD. Und Harfud-DAD ist in einer Seite der Zunge. Vielleicht nach links kann. Und auch kann auch nach rechts auch. Links oder rechts. Oder beide. Oder die beide. Ja. Nach links. Nach rechts oder beide zusammen. Alle sind richtig. Dort entsteht ein Buchstabe DAD. Also, es gibt drei Möglichkeiten, ihn auszusprechen. Alle drei sind richtig hier. Hat er so gesagt. Das Fleisch der rechten Zunge, Kante, bereut die einen Seite der oben Raken, Zähne. Also, man kann nach links, hier nach rechts und man kann auch nach links oder zusammen. Ja. Also, die Zunge geht nach rechts oder geht nach links oder geht in der Mitte. und links und rechts zusammen. Also, man kann sagen, Ab, Ab, Ab. Und man kann sagen, Ab, Ab, Ab. Und zusammen, Ab, Ab, Ab. zusammen. Welche machst du wohl gewöhnlich, wenn du normal ohne zu denken? Noch einmal. Welche Seite machst du, wenn du jetzt liest, Koran ohne zu denken jetzt? Welches Gewohnheit? Nach rechts. Bei mir auch rechts. Vielleicht alle. Ich kann auch links und so, aber wenn ich jetzt nicht überlege, einfach zitieren. Gewohnheit rechte Seite. Ja, normalerweise machen wir das. Sehr schön. Also, und da hat er gesagt, alle drei sind richtig, inshallah. Nach links, nach rechts und zusammen. Die beiden zusammen. Dann hat er gesagt, für die meisten ist die linke Seite am einfachsten. Rat er nach links. Rat, andere Meinung. Andere Meinung. Der Druck von den Seiten zieht sich über die Zunge bis zur Forderung. Etzung, Kant und so. Das ist ja. Das kennen wir ja. Sekundiert, ausgezeichnet, schließt man den kompletten Aussagen. Ja, er hat ja gesagt, nach dort gibt es keine Luft. Weißt du, wenn dort ein Sekund trägt, dann gibt es keine Luft danach. Gibt es keine Luft danach. Man kann sagen, Al-Arz. Al-Arz. Ja, und nicht Al-Arz. Al-Arz. Nein, das ist richtig. Keine Luft nach Dad. Wenn ein Dad ein Sukund trägt und so. Hier ist Al-Maharij. Hier ist die Zunge. Ganz unten ist ein Kaf. Und danach ein Kaf. In der Mitte ist Jim, Shin und Ja. Und eine Seite der Zunge ist ein Dad. Jetzt, inshallah, machen wir weiter mit dieser Allah. Wir haben vier hier. Ein, zwei, drei, vier. Jetzt Taraf Al-Lisan oder Montaha Al-Lisan. Ein Macharij vor dem Teil der Zunge. Am Anfang der Zunge hier. Diese. Ja. Und dort entsteht der Buchstabe Lähm. Man kann sagen, Al-Al-Al. Er entsteht durch die Zunge oder die Zungenspitze und das Zähnfleisch, der oben schneidet Zähne und so. Also, kurz gesagt, Lähm und Dra und Nun zusammen am Anfang der Zunge mit oben über Kiefer. Am Anfang über Kiefer. Das heißt so. Ja? Lähm und Dra und Nun. Man kann sagen, Al-Ar-En. Al-Ar-En. Und so. Deswegen auch Idram, richtig? Das was? Hikma von Idram, weil die Buchstaben alle in der Nähe sind. Ist schwierig, wenn man hier Al-Daharam macht, deswegen machen wir Idram. Ja, das heißt, der Grund von Al-Idram ist so. Richtig. Wenn die Kehlbuchstaben sind sehr weit von Zunge, deswegen können wir Idram machen. Ja. Gibt es nicht diese Gefahr, dass man verschmilzt oder nicht. Richtig. Und deswegen, also, Gain und ist ein bisschen in der Nähe von Nun als Hamza und H und Ein und H. Deswegen, es gibt ein Kira macht Ishar bei diesem Buchstaben, bei Gain und H. Idram? Weißt du? Machen Ishar bei Gain und H. Ja, ja. Ein Kira aber ich weiß nicht, welches. Idram ist auch bei Gain und H. Ja, ja, ja. Ich fah, ich fah, ich fah. Ja, ich fah. Ich fah, mein ich. Ja? Diese Kira sagt Wal Munchanika. Wie zum Beispiel. Masha Allah. Warum? Weil diese ist in der Nähe von Nun Säken und Tannuien als die restlichen Buchstaben. Masha Allah. Sehr schön. Also, das ist Al-Mahraj, Al-Ra und Al-Lam und An-Nun. Ja, sie sind in der Nähe von einander. Es gibt viele Meinungen dazu, aber Al-Lam und War-Ra und Al-Djim haben selben Ort vielleicht. Oder selbe Artikulationen. Der Buchstabe Lama hat ein sonderes sonderes gelogen Sonderregelung 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 Ja, wann er hell und dunkel ist. Al-Kaida Khasa Ah, Kaida Khasa Ja. Regelung Wann er hell und dunkel ist. Also, Al-Lam und Ar-Ra auch einmal dunkel und einmal hell. Aber das ist eine andere Regel, nicht hier. Und hier auch, teraff Lisan ist annun, auch, wie allam, teraff Lisan. An, und auch bei annun, und allam und arra, auch, teraff Lisan, auch ist arra, hier. Und hier haben arra, arra ist meraqa, ist hell und mufachma, auch, allam und arra, und zwei Sachen, die, Al-Gunna von Al-Ikhfa, Nazalität von, ich, Al-Ikhfa, und, Al-Alif, Verlängungs-Alif. Diese alle sind da einmal dunkel und einmal hell. Aber hier ist arra, von teraff Lisan, auch, am Anfang der Zunge. Al, an, ar, und so. Er hat hier gesagt, recht ist, wenn das ra dunkel ist, und links, wenn hell. Hier ist hell, und hier ist dunkel. Arr. Ra, ri, ra, 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 wenn mufachma, dann ein bisschen oben, wenn muraqaka, dann ein bisschen nach unten. Ri, ri, ri. Es gibt einige, die machen, die denken, das macht man mit den Lippen und machen, ra, ra, ist ja falsch, richtig. Hat nichts mit Lippen zu tun. Nein, nur mit Zunge. Es ist ra, ra, mit Zunge. Ra, 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 nur mit Zunge. Es gibt viele auch von Ägypten, auch die Ejazat, die machen ra, ra. Also, der Macher von Arra ist nur die Lisan, die Zunge. Ja. Dr. Ivan Sveit hat das kritisiert, das viele mit, mit so Lippen machen. Aber kannst du auch, oder? In Müsra gibt es auch einige, he? Ja, es gibt, in Egypten gibt es viel zu viel, die etwas anderes machen. Spannend. Also, und hier auch ist Taraf Lisan, hier, vor der Teil der Zunge, trifft hinter die oben Schneiden Zähne, Taraf Lisan, Ad, 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 Taraf Lisan, mit was? Ustaz Abu Uthman? Mit vorderer Teil der Zunge? Also, obere Schneidenzähne. Ja, hier. Die Zähne hier, ganz oben. Ja, an der Kante vom Gaumen. Ja. Dann ein Ta und Ta und Del. Ad, 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 ist ganz oben, also Nähe von Gaumen richtig und Ta ist weiter unten bei Schneidezahn richtig? Wieso? Schau mal, Ad, dann Ad, dann Ad, Ad und Ad sind ein bisschen zusammen, aber Ad ganz ein bisschen oben. Ad, dann Ad, Ad. Wieso? Ein bisschen oben Ta und ein bisschen unten ist der unten. Der Buchstabe Ta, der vorderen Teil der Zunge, trifft hinter den oberen Schneidenzähne die oder Zahnfleisch. Beim Ta behurt ein Großteil der Zunge den Gaumen. die Zunge geht hinten hoch zum Gaumen. Ad, Ad, also die Zunge geht ein bisschen nach oben. Unter ist dunkel als Eigenschaft und Del, Unter sind hell, auch wie ein Ta aber sind hell, aber ein bisschen unten als Harfotta. Del entspricht dem Deutschen D, auf Deutsch ist D, A, B, C, D, D, ja, wie Del auf Arabisch. Unter entspricht man ein bisschen wie T, T, T. Die Buchstabe Tel und entstehen an der gleichen Stelle und sind hell. Also ein bisschen oben unter Tel und Del sind zusammen in einem. hier ganz ein bisschen oben und Tel und da ein bisschen unten. Nummer neun am Anfang der Zunge trifft unsere Schneidenzähne und hier ist Sey sin sod Es 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 Os Es Es Os Es Es Os Ja, hat er gesagt, dort entstehen die Buchstaben, alle drei Buchstaben haben den gleichen Entstehungsort. Sie sind alle zusammen in einem Ort, im gleichen Ort. Doch das Saat unterscheidet sich in der Eigenschaft, also sie haben den gleichen Ort, aber dort hat andere Eigenschaften, dort ist dunkel und die anderen sind hell. Beim Aussprechen, er bleibt eine kleine Lücke zwischen den oberen und den unteren Schneidenzähnen. Wie zum Beispiel Es Es Os Ja, es gibt Luft, nach oben gehen, nach draußen gehen. Ja, Es Os Es Also diese sind bei Eigenschaften sind Zafir. Diese tun As heißt Zafir und so. Nummer 1 und Nummer 2 Buchstaben Sei und Ziehen Der Vorde oder am Anfang der Zunge trifft hinter den unten entscheidenden Zähnen. Wie zum Beispiel Es Es Dann As ein bisschen nach oben Ziehen und Sei ein bisschen nach unten. Das Ziehen ähnelt wie auf Deutsch Der Buchstabe ist mit zum Beispiel Fass Fass Es Fass Und Sei wie zum Beispiel Der Buchstabe ist wie am Anfang ist Suma Su Su Sei Suma Und beim langsamen Aussprechen hört ihr den Tun Unterschied Wie zum Beispiel Hier ist Sommer und Fest Zwischen Sommer und Fest Fest wie ein Ziehen aber Sommer wie ein Sehen Nummer 3 Der Buchstabe Am Anfang der Zunge trifft auch hinter der unten schneidenden Zähne Jedoch der hintere Teil der Zunge geht zum Gaumen hoch drückt sich gegen den Gaumen so dass der Großteil der Zunge der Zungen Oberfläche den Gaumen berührt Also Er hat gesagt Saad ein bisschen nach oben als Zay und Ziehen Der Buchstabe Zay und Ziehen sind hell und da Saad ist dunkel wie wir gesagt haben Mach Raj als Saad und als Zay Taraf Lisan ma' ma' fauq as na' as suflah Was Buzi Taraf Lisan am Anfang der Zunge Ja Und ma' ma' fauq mit ma' fauq ist oben oder auf as tanaya suflah as tanaya ist so hier Ich schneide die Zähne unten fauq ja ein bisschen oben Eine kurze Frage Taraf Lisan bedeutet doch die Seite der Zunge nicht der Anfang oder nicht Taraf bedeutet doch der Rand Der vordere Rand Ach so okay Hier Ist am Anfang ja Okay Ich bin gewohnt Taraf bedeutet Rand Äußerste Rand oder so Oder Seite ja Seite Okay Aber hier meint am Anfang Okay Tadjvid sagt Waddaadu Min Haafatihi Also Haafa ist diese Seite Was du meinst Samir Haafa ist Seite ja Okay Ja sehr schön Raffikum Barakallah Also hier Ratel gesagt Ma Taraf Lisan Ma Ma Fauq As Sana As 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 Dann weiter Was ist Sufla As Sufla Unten Ah Kommt von As Fel Barakallah Fik Barakallah Unten Und hier Macherat Nummer 10 Am Anfang Teil Der Zunge Liegt Auf Den Obern Schneiden Zähnen Auf Zungen Spitze Guck Gleich Raus Ja Hier Ist Saal Und Sa Und Da Diese Drei Buchstaben Sind Zusammen In Einem Ort Am Anfang Der Zunge Auch Er hat Hier Gesagt Was bedeutet Das Am Anfang Der Zunge Schneiden Zähne Oben Ja Und Atraf Heißt Am Anfang Auch Ja Am Anfang Der Zunge Mit Am Anfang Der Schneiden Zähne Hier Ja Kann man Sagen Zungenspitze Spitze Ja Zungenspitze Hier Ja Ja Zunge Zunge Diese vordere Ja Genau das Zungenspitze Und hier Ja Wie du gesagt hast Hier Muss die Zunge Ein bisschen Rausgehen F F Al Ein bisschen Rausgehen Die Zunge Er hat hier So gesagt Zähne 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 Gedruckt Also Zwischen Oben Und unten Ist Die Zunge Durch Oder geht Die Zunge Durch Und ein bisschen Nach oben Er hat hier Gesagt Nehmt Ein Spiegel Zur Hilfe Um den Machrad Genau Zu verstehen Oder zu treffen So Und so Ja Jetzt müssen wir verlassen Dann wieder reinkommen Selbe Link Oder andere